Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge HiOnLive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen direkt weiter. Oh, shit. Was geht? Leute, gerne mal einen Like da lassen, wenn es euch weiterhin gefällt, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Kenny, Gus und Nivey und mich. Okay, alles klar. Machen wir das. Wie gesagt, vorne gerne auch die Videobeschreibung abchecken. Gewinn, ich will mitmachen kostenlos. Too easy. Ey, lass dich scheiße sein, Mann. Oh, shit. Stirbst du mal langsam? Ey, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Boah, ich geh drauf. Hoch, hoch. Energy, Energy. Oh, shit. Ich bin das erste Mal gestorben. Organe verloren. Organe verloren? Die haben meine Organe mitgenommen direkt? Alter, jetzt kommt gleich das Oldschool-Deservis-Zeichen. Von damals. Ja, viel erreicht haben wir ja nicht. Können wir direkt nochmal neu machen. Ja, aber wenn es Last Man Standing ist, warum gehen die alle auf mich? Ihr Rappen, ey. Congratulations. Congratulations. Komm her. Alle gehen nur auf mich, weißt du? Das sagt schon wieder alles, ey. Da weißt du einfach direkt, wer der King ist, ey. Stech ihn ab! Nivey! Wir brauchen übrigens so ein Sturmgewehr, ey. Ohne Witz. Weil ich mag Gas gerne, aber irgendwie... macht die Schroten nicht so Bock, ey. Uh. Hallo. Juckt dich das überhaupt? Ich peits dich aus mit Nivey, ey. Mama Mia! Mama Mia! Oh, der hat gesessen, ey. Aha! Jeder gegen jeden, weh? Soviel zum Thema, ey. Boah, geil, ey. Gas! Vielleicht können wir ja für Gas auch noch so ein Upgrade holen. Obwohl ich sagen muss, seitdem wir das Upgrade für Kenny haben, habe ich jetzt keinen Unterschied gemacht, ne? Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Das ist irgendwie krass, dass es schneller nachgeht. Wo ist noch einer? Oh mein Gott! Ja, okay, okay. Ein Boss. Was hat der in der Hand? Das sieht also irgendwie verdächtig aus, ehrlich gesagt. Das hätte jetzt vielleicht eine Runde oder zwei Runden früher kommen können. Das ist ein bisschen zu lang alles irgendwie. Weißt du? Alter, alter Schwede. Öh, ihr Schweine! Oh Gott. Lad doch nach, ey! Boah! Wie knapp, ey! Macht das so eine Scheiße nicht. Jo, wie viele Gegner kommen hier noch? Übertreib doch nicht! Die übertreiben komplett waren mit den Gegnern. Wenn es jetzt wenigstens ein paar Meta-Jokes geben würde, wa? Das Kenny sagen würde, ey, hier kommen so viele Gegner. Ist das schon das Ende vom Spiel hier, oder was? Irgendwie sowas, weißt du? Aber das ist einfach komplett unironisch. Die Massen an Gegnern. Ist einfach, weil es so ist. Und deswegen muss ich dich abstechen, du Sau. Fünf Pesos kriege ich dafür! Das ist ein Witz. Habt ihr das gesehen? Fürs Töten von dem Boss kriege ich fünf Pesos. Hallo! We did it! We're the number one G3 recruit. We could be in the G3 if we wanted to be. We could be. We could be, ja? We could be, ja? Congratulations, graduates on joining the G3 or whatever. I really can't stress enough how little I give a shit. Now report to your commanding officer and we'll send you off to die fighting for us on whatever dumbass planet we decide. See ya. Okay, ich freue mich. Dieser Tweak-Typ ist echt nett. Okay. Er zeigt mir seine Stadt. Blend ist wirklich cool. Wo laufe ich hier gerade hin, ey? Ich dachte, irgendwie wäre hier eine Kisse. Das Ganze würde sogar richtig Spaß machen, wenn nicht gerade unser ganzer Planet vernichtet werden würde. Das juckt dich doch nicht, ey. Hauptsache, du hast Spaß, ey. Ja, ey, wie gesagt, die Arena war ein bisschen zu viel fürs Guten, aber war okay. Oh, du hast dich wiederholt. Hey, da bist du wiederholt. Ich bin froh, dass du dich wiederholt. Ich bin froh, dass du dich wiederholt hast. Ich bin froh, dass wir uns immer wiederholt haben. Oh, ich bin froh, dass es unser altes Freund, unser altes Freund, Dr. Juppie. Was hast du gesagt? Wie geht's? Wie geht's? Ah, es gibt noch eine dritte Lockdown. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, dass meine Kinder sind. Und ein bisschen über meine Frau, aber meistens meine Kinder sind. Okay, we'll, we'll, we'll see what we can do. Oh, my poor kids. I hope Douglas doesn't kill them. I can feel my wife plenty calling for me. You're gonna solve this one too. Thank you. Das finde ich, ey, also... Klar macht man sich immer um die Frau auch Sorgen, aber... Die Kinder stehen doch an Stelle Nummer 1, oder? Die Kinder, die Kinder sind... Ähm, nee, warte mal, ich bin komplett falsch, wa? So, warte mal, da geht's rein, da geht's rein, hier runter. So, und dann? Äh? Du musst wahrscheinlich um... Äh, ich glaub das ist falsch, wa? Swoopy & Froopy would really like you two. Oh, they're good kids. I can't wait to introduce them to you and tell them about everything you did for me. They need good, strong role models. Ja, und du benutzt anscheinend das Falsche. So, ja. Genau. So. Nee. Nein. So. I don't want to bless you, but I'm getting nervous. Yeah. Wie mir hat der so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Meeseeks, oder? Was wirklich Moni? Finish. Wollowering. Du laufst. Douglas's offices isn't too far from here. I'm going ahead. Dasa will hr. Ich told you, da. Jesus Christ. Douglas is gonna kill Dr. Juppie. Schau. 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 Äh, scheiße, wo war der Weg? Wo war der Weg? Achso. Das wird wahrscheinlich passieren, ja? Against Violence. Wie kann man das hier annehmen? Wo müssen wir denn lang, ja, eigentlich? Schön alles töten, genau. Das muss One-Hit sein, ey. Seht ihr das? Das muss One-Hit sein. Auch bei den Großen. Oder? Was meint ihr? Gas? Hallo? Kann man dich irgendwie verstärken? Das wäre natürlich eigentlich ganz geil, wenn du den Schaden erhöhen könntest bei ihm. Was? Da, da, das muss wirklich One-Hit sein. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Das muss One-Hit sein. Ich hab sogar extra auf einen hässlichen Schädel gesch... ...schossen. Der so pottenhässig ist, dass man den einfach ausschalten muss. Was muss den töten? Irgendjemand ist man dazu gezwungen, wirst du? Uh! Fire in the hole! Ich wette, da gibt's ein Trophäe, oder? Oder ein Erfolg, besser gesagt. Tja, Freunde. Auf der Xbox kann man High-On Live spielen. Und auf der Playstation nur God of War dieses Jahr. Nein, schau. Mann, ey, Microsoft muss wirklich langsam mal nächstes Jahr aus der Arsch kommen, ey. Es wird langsam Zeit, Microsoft ohne Scheiß jetzt. Die Konsole ist megageil, Xbox Series X, megageil, aber... Die exklusiven Games, die mich besonders ansprechen, die fehlen auch ein bisschen. Es gab zwar hier und da welche, aber es fehlt irgendwie. So. Ich hab jetzt ehrlich gesagt gar nicht zugehört, was er gesagt hat. Ey, der sieht ein bisschen aus wie Glotzkowski, ja. Hm, ein bisschen. Wer ist Glotzkowski? Jetzt ist die Frage. Mike Glotzkowski. Und wer jemand guckt nach, oder muss nachgucken, und weiß es nicht einfach so. Das ist wirklich... Das wär traurig, ey. Sag ich euch, wie's ist. Okay. Let's go. Nein, die nächste Schießerei. Hat der Dino Hände, ey? Was ist das? Sieht aus wie ein Dino Hände, ne? Lass doch mal schneller nach, ey. Stirb! Du Dreckst auch. Oh! Ich muss sagen... Diese Nervensäge, wa? Die wir dann mit Gast doch getötet haben. Wenn ich den Kollegen da oben sehe. Irgendwie jetzt im Nachhinein tut er mir ein bisschen weh. Äh, tut es mir irgendwie ein bisschen weh und auch ein bisschen leid. Deswegen getötet haben. Oh, nur ein bisschen. Er war zwar nervig, aber... Hat er das verdient? Achtet jetzt drauf, achtet jetzt drauf. Oh! Oh! Okay, getroffen. Oh! Das macht ja mega wenig Schaden. Warum? Warum? Gibt mir Energy, Energy! Oh Gott! Gebt doch den Weg frei! Was man auch sagen kann, bisher beim Spiel, Gegner-Varianz ist fast bei Null, wa? Das kann man auch wirklich sagen. Das ist so geil, wie das Spiel war. Das sind halt so diese Sachen, die immer so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Finde ich persönlich, was immer auch ein bisschen schade ist. Weil dann gibt es so Spiele, die um die Ecke kommen, die in einem Bereich... Äh, die, wie gesagt, in einem Bereich extremst hervorstechen. Aber das ist halt immer ein bisschen schade, dass dann andere Bereiche nicht mithalten können, wa? Das ist immer ein bisschen schade. Weil ich würde es dem Spiel gönnen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein... Ich weiß nicht, ob das ein Erfolg wird, eh. Grundsätzlich würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht, ehrlich gesagt. Dass es ein bisschen schade ist. So meine Einschätzung. Ich finde es gut. Ich finde das Spiel gut, aber... Ich weiß nicht, ob das so den großen Erfolg wird. Hä? Lizzie, ich bin echt froh, dass du jetzt Tweak kennenlernst. Sag bitte nur nichts, was mich beschämt würde. Sag, dass ich den kennenlernen will. Was soll das? Nun ja, muss ich dir wohl nicht extra sagen. Du redest ja sowieso nie. Ja, das ist das. Das stimmt. Das ist doch ein Meta-Joke. Weil wir stumm sind, wisst ihr? Ein stummer Held. Habt ihr verstanden? Ja, habt ihr verstanden, oder? Oh mein Gott. Dein Ernst, jetzt? Ist das dein Ernst, Alter? Oh mein Gott. Übertreib doch nicht. Ich überlege, ich überlege. Wir kriegen das hin. Ah, okay, das war's schon. Ey, ich bin der Beste. Okay. Okay. Okay, man. Okay, man wurde erst mal ein bisschen erschlagen von dem Ganzen. Aber doch. Ja, doch recht schnell. Ja, klar, der ist um den Schaden, Mann. Er ist am Helm. Hey, da sagst du nichts für uns. Der ist am Helm bestimmt. Ja, der sieht schon ein bisschen aus wie die Miesseeks. Doch, doch, doch. Okay, okay, okay. Ey, Gas, Alter. Ja, du bist so schwach für ne Schrot. Du bist so schwach. Bruder, du bist so schwach. Oh, der ging komplett am Ende. Ey, das ist wirklich... Also, reagiert ihr auf Gas mehr? Ey, wenn ja, dann ist es wirklich... Megaman-Style. Ohne Scheiß jetzt. Tatsächlich! Das ist die Konterwaffe. Es ist Megaman-Style. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist so ein bisschen Megaman-Style, weil wir konnten uns ja entscheiden, welchen Boss wir als erst... Oh, das wäre mal interessant gewesen. Hätte man erst hier Douglas gemacht und dann Corus. Wie er dann reagiert hätte. Ja. Ah, ja, 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 auf jeden Fall. Doch, der reagiert viel mehr darauf. Wow! Wo ist er, wo ist er? Nicht so schnell! Komm, Gas! Schnell danach, ey! Komm, Knifey, gleich kriegst du deinen Kill wieder. Was macht er denn jetzt? Klar haben wir es geschafft. G3 Graduierung. Oh, vielleicht war es auch diese Waffe, die ich gesehen habe, vielleicht... Ja, ja, ich glaube, das war die Waffe, ja. Was hat er gesagt? Ach, hier, hier ist er. Mein Gott, immer daneben. Da freut er sich. Ah, fuck yeah! Das ist definitiv die Stache. Oh, das war gut. Wir hatten sehr gut, Schraubbar flesh, eigentlich. Es war eigentlich sehr gut. Oh, fuck! Sweezy! All right, Dipshit. Let's go. What? No, hello? Nice to meet you, or thank you for saving me? Why? Like, you're not dying there with some sort of favor to me? Hi, I'm Sweezy. Thanks so much for rescuing me. How is that, Dipshit? Now, come on, use my time bubble to escape through the big fan and the pretty cool, right? You're gonna find out real fast that I'm the best Gatling. Smartest, most useful, best looking. No, no, come on, come on. I'm pretty good. Douglas, it's garmentuous. Where the fuck are you? I heard you made a complete fool of yourself at that party last night. Not good, Douglas. Not good. I'm gonna need you on top of your game now that we've got a hold of these humans. We're spread thin over on Earth and I need more troops immediately. Not to mention, things are gonna start heating up all over the galaxy as demand goes up. Big things are happening, Douglas. Get excited and get your fucking shit together. Okay, yeah, fuck that. Ich bin ja mal gespannt, ob die Knarre so funktioniert wie der Nidle aus Halo. Die dann platzen, ja. Platzen die denn? Ja, tatsächlich. Eiskalt, eiskalt, der Nidle. Ja, ja, alter, der Nidle aus Halo einfach. Das ist ja, das ist nice, das ist nice. Oh, das ist extra. Okay. Also erst die Dinge reinfeuern und dann nochmal nachkommen. Okay. Ähm, Leute. Du musst jetzt einfach nur abbeinen, oder? Wie komme ich da rüber? Oh, okay. Okay, äh, ja. Das ist normal. If you die right now, I'm not going to your funeral. Oh, the coward wants to hide, huh? Well, it's not gonna work. Check this out. It worked, it worked, wirklich. Oh, yeah. He had no idea what hit him. Oh, now we gotta get a cross, huh? Hey, you wanna see what else this time bubble can do? Ja. Das ist natürlich jetzt scheiße gesetzt. Oh my god! Wie kann man so reinscheißen? Ja, du hast ja recht. Ja, du hast ja recht. Okay, du hast das. Just nice and easy. Hopp on the time. Incredible, right? What a thrill. You know, you can use that time bubble on the G3, too. And try loading the bubble up with my crystal. You know, you can use that time bubble on the Gatleon. Ah, you're going to be a team, I can feel it. Just listen to everything I say and never use the other Gatleons. Yeah, yeah. The last thing you got sighted. What's inside? So what did you do? You turned into the bounty somewhere? Go do that. We can wrap this up. Okay. Lillzack Babies 9. Furzner Fridley. Nur ein Typ, der furzt. Nichts Besonderes. Nicht einmal so lustig, aber... Ja, er furzt absolut die ganze Zeit nur. Ständig. Er tut es auch mit Absicht. Er schiebt sie raus. Auch wenn er es nicht tun muss. Er ist krank im Kopf. Komm, geh. Lass ihn doch in Ruhe, Mann. Furzen ist geil. Besser. Einfach. Rauskinderterner. Hey, kid. Another one down, huh? Great work. But, hey, there's something you should see. Take a look after you turn in your bounty. Alright, good. Get over here. Check this out. Hello, Blim City citizens. That's Klug Nugman. Blim City magistrate. As you all know, I'm working hard to flush out all the crime and drugs from our streets. I'll be the first to admit, we haven't made much headway in the fight against the G3 cartel. Alright, alright. Now catch this next bit. All about to change. We've learned of a bold bounty hunter who's been bravely taking this G3 matter into their own hands. You hear that? He's talking about you. They've already dealt with two of the cartel's most powerful officers. Yeah, you got lucky. I am not too proud to ask for help in our war on drugs. Bounty hunter, if you're listening, please consider joining forces with the good people of Blim City. I hope you'll choose to come forward and meet with me personally at my office in City Hall. Yeesh, desperate much? Can he even help us? I already told him you go. Oh, great. No, don't start. Trust me, he's legit. This guy's been anti-G3 since before any of you were even in diapers. Honestly, I don't know if Gatlin's even wear diapers. Head through there. Klug's expecting you. Okay. Sorry for making a call without you, but Klug's a good man. I say we hear him out. Oh, wo ist die Schwester jetzt? Hey, where the hell are you going? Go talk to Klug. Und ich frage mich, wer das übersetzt hat. Ey, wenn Aliens sagen People, dann heißt das nicht Menschen. Dann heißt das Leute. Ah, okay. Kurz mal Business English Talk. Hey, Spongebob. Oh, gar nicht, was? Oh, mein Gott. Das ist wirklich Spongebob-Verarsche. Das ist wirklich eine Spongebob-Verarsche. Das ist natürlich Turtles. Was können das jetzt hier sehen? Und das hier? Und das hier. Oder? Das muss das. Oder? Meint ihr nicht? Ich würde schon sagen, dass es in der Spongebob-Verarsche ist, weil hier das ist ja auf jeden Fall Turtles, oder nicht? Deswegen dachte ich. Ah, sieht irgendwie geil aus. Das würde ich mir an die Wand hängen. Warum sind diese Viecher... Also wenn die Viecher hier da sind, dann sind doch immer nur Drohungabhängige, oder? Ihr erstes. Ihr Junge bist der erstes. Mein Mann hat es in die Wand. Sorry. You survived the G3s' attack on your home planet Earth, right? Uh, no. Wir Gatleons. Unless you're talking about my personal chauffeur. Of course. Sorry. I'm familiar with your plight as well. It's such a tragedy what happened on Gatlas. It makes much sense that you and the humans would join forces, but perhaps you have room for one more ally as well? Yeah. I'm sure the big hotshot politician wants blood on his hands. That's precisely why I need your help. I'm having the darndest time curbing the species drug trade. I can only do so much, and only within the confines of the law. I mean, I've got my hands full with Gary the Poisoner. He's not just poisoning the water supply. He's moved on to poisoning weirder stuff now, like street lamps. We don't even know how that works, or if it's actually a problem. Maybe it's fine to poison street lamps. I'm a bit overwhelmed, and I wish I could focus more time on the G3. But you, you've taken out two top G3 officers in less time than it takes us to file a single report. So you see how you can help me, but there's also one way I can help you. Oh yeah? And how's that? This tool on my desk here will help you rescue your fellow humans. You can use it to teleport them to a safe haven my team has arranged for them to stay at until the G3 are dealt with. What's the catch? Well, the human species is technically a drug. I can't have dangerous sentient drugs in the hands of my citizens, and you can't have your people getting captured and consumed. This solves both of our problems. Assuming you plan to continue taking out the G3. Yeah, no shit like we're gonna stop now. Then, thank you sincerely. You humans and Gatleons, you're both very noble species. This means a lot to me. I've made up my life's work to use my power to help people in need, but even I have my limits. I'm just glad I have someone like you to turn to. As a token of thanks, my team will be feeding any intel we find on the G3 directly to your handler, Mr. Zaruthian. We've already sent him everything we had. The rest is in your hands. Yeah, yeah, whatever. We just like killing freaks. If you want to help, you're more than welcome. That's all I have for you. Feel free to stay as long as you like. The view is breathtaking. Oh, Junge, du bist ja wirklich hässlich, ey. Naja. Das ist okay. Ein bisschen neblig hier oben, ne? Warum, Sweetie, warum redet der für uns? Oder sie für uns? Wunderschön, die beiden, oder? Da bin ich immer mal gespannt, ey. Da bin ich immer mal gespannt, wie das aussieht, oder? Da bin ich immer mal gespannt, wie das aussieht. So, it went well, huh? I got a message saying they'll hook us up with any G3 intel they find. Yep, and he even gave us this weird thing we could save humans with. Goddamn, you got it easy. Nothing as convenient as this ever happened when I was bounty hunting. Hey, speaking of, we should get you a jetpack before you head back out into the field. You're really gonna need it. Head on down to the pawn shop and see if they got one in stock. Oh, and yeah, you might want to hit a board on the chef's stand, too. Hit a little shady. But, uh, those warp disks he's selling can be pretty helpful. Ja, hab ich schon gemacht. Ich hab mir schon einige besorgt, irgendwie so. Gut, aber hier ist erstmal Schluss, vorne. Er verteilt hier immer noch Knöllchen, oder was? Was soll das, Mann? Gut, ey, ja, wie gesagt, hier ist erstmal Schluss. Ich darf zusehen vorne, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß. Und, ähm, seid auch beim nächsten Mal dabei. Also, haut rein. Tschüss. Tschüss.